Hallo Leute, ich bin Juan und heute werden wir über zwei lektionen sprechen. Dies ist unsere zweite lektion in diesem Thema. Diese Themen sind Wenn und Als. Wenn und Als sind Konjunktionen, die wir wenden werden. Und wenn über Zeit gesprochen wird, bei Altenlesen der Gebärden Zukunft. Als und Wenn werden nur innerhalb eines untergehenden Nebensatzes. Beginnen wir mit Als. Diese Konjunktion wird verwendet, um über Handlungen zu besprechen. Die nur einmal in der Verwandtenheit geschehen. Hier haben wir Beispiele. Als ich nach Hause kam, war niemand da. Als der Regent aufgehört hatte, machten wir einen Spazierengegang. Als Kind möchten Sie Eiskrämme. Wenn wird den Gebeten von Nebensatz verwendet. Wenn es gegenwärtige oder zukünftige verwendetliche Aktionen gibt. Seine Struktur ist mit immer wenn, Indikativ und verwendet die Verben. Jetzt ein paar Beispiele. Wenn Sie kommen, werden wir zu Abendessen. Wenn Sie fertig sind, gehen wir ins Kino. Wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben, können Sie Videospiele spielen. Tschüss, bis bald.